Hier ist der Norddeutsche Rundfunk. In unserer Sendereihe Die Jagd nach dem Täter hören Sie heute die 23. Folge Das Geheimnis der Teikoku-Bank. Masuda-san! Masuda-san! Herr Kommissar! Vergessen Sie nicht, ich gehe jetzt. Vergessen Sie nicht, dass ich morgen erst später ins Büro komme. Ich habe mir schon eine Notiz gemacht. Notiz? Sie sollen keine Notizen machen. Sie sollen es nicht vergessen, Masuda-san. Da nützen Ihnen auch die Notizen nichts. Nein, Herr Kommissar. Ich gehe jetzt. Sie wollen schon gehen? Schon. Seit heute Morgen um sechs sitze ich in diesem stinkigen Loch und Sie fragen, ob ich schon gehen will. Wie kommen Sie überhaupt dazu, mich zu fragen? Herr Kommissar, ich bitte ergeben es um Entschuldigung. Aber ich... Ach nein, entschuldigen Sie. Wir können sicherlich auch morgen. Gute Nacht, Herr. Na, kommen Sie, Ida. Was ist los? Was können wir morgen? Ach nein, es ist wohl nichts. Und ich halte Sie nur auf. Ich war nur eben drüben, bei der Schwarzmarktabteilung. Da ist gerade eine Sache eingelaufen. Und ich kann das Gefühl nicht loswerden, ich meine, dass das was für uns ist. Bei der Schwarzmarktabteilung? Na, eigentlich haben die vielleicht auch nichts damit zu tun.